Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Part unserer Pokemon Emerald Randomizer Soulink, längste Name der Welt, mit Sammy, Hexofeed, mit Hexofeed, genau. Willkommen bei P&Dragish, mit mir, Sammy und natürlich Benji, wenn ich sag was. Hi, hi, hi. Ja, wir sind hier im Faustauhafen stehen geblieben, vor der zweiten Arena, aber bevor wir die machen, wollten wir glaube ich erstmal die Höhle durchchecken, oder? Die Höhle können wir glaube ich gar nicht durchchecken, bis wir das haben. Doch, klar, ganz sicher. Nein, 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 nein. Warte, ich habe hier ins Haus gebeten, hier. Oh, nee. Was ist ein Anruf mitgekommen? Das ist von Angela, von diesem Angela, dem ich auch so meine Nummer gegeben habe. Ey, Mann. Der, aber warte mal. Hey, klar. Okay, dann. Pippi, ziemlich sicher. Mein Pippi ist big now. Der hat Pippi abbekommen. Die hatten wir ja leider schon unseren Encounter verloren, in dieser Höhle. Aber, gerade mal, in der Granit Cave, ist das dieselbe? Ja, okay. Ich habe eine Herzschuppe bekommen. Oh, nee, Dinger. Das sehe, da sehe ich mich nicht. Haben wir jetzt nicht Flash bekommen? Können wir das schon benutzen? Ja. Oder sollte ich? Oder weiß? Ne, doch nicht, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. DJ, du lernst jetzt Flash. Und was, wenn es nicht geht? Den haben wir weg, gerade. Aber Flash ist in der Gen auch noch gar nicht so gut, weil es nur so ein Mini-Clack ist. Ja, wenn wir müssen den Bad holen. Wollen wir zuerst die Arena machen? Und ich bin jetzt schon so der Hälfte des der ersten Etage durch. Mega. Die Höhle ist nicht so groß. Das ist nicht die Siegelstraße. Ja, wir können doch gar nicht, wir kommen dann noch gar nicht zu diesem, wie heißt das Siegel? Oh, ich hätte nicht wirklich gepäuselt. Wir kommen dann noch gar nicht zu diesen Dings, zu Steel Stone. Warum nicht? Klar, der wartet doch nur in so einer kleinen Höhle, die nicht zugesperrt ist. Ja? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Ja. So. Oh, wow. Das hätte ich wie lieber gehabt. Guck dir das mal an, das Rihorn. Ja, ich bin blind. Sorry, ich sehe nichts. Ich habe Klingler. Ich habe Hackettack gefunden. Kann irgendeiner von mir... Ja, stimmt. Mein Pudox kann eine Flugattacke. Can't escape. Leer. Lass mich skaten. Ja. Eben. Ich bin so ein bisschen lost gerade. Oh, ich habe den Weg nach unten anscheinend. Ich bin auch da ein bisschen lost, aber hier. Hackettack. Jetzt hat Lissander Hackettack bekommen. Ich bin ehrlich, ich bin ganz glücklich, dass wir wenigstens keine verdammten Dings hier haben. Keine Zubarts. Stimmt. Ey, Mann, ich... Mich wachsame. Libiskus. Speedupen wir oder wie? Ich renne gerade normal durch, aber bei den Kämpfen Speedupen, weil es ja nur normale Encounter sind. So. Und wir unseren Encounter ja schon hatten. Ich bin in der nächsten Etage runter. Bo, 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 bo. Wir sind die Libiskus, ja. Wir sind Ninkadas. So, jetzt traue ich mal die Pokémon, die vorne sind. Jetzt kommt Blabla nach vorne. Ich glaube, ich packe auch mal Level, ne? Ich brauche noch mal Level, ne? Vielleicht, ne? DJ Wissers. Oh, Tauroga. Nicht schlecht. Oh, ich habe den Weg nach oben, glaube ich. So. Okay. Level Up für Blabla. Ich habe den Weg nach oben auch gefunden. Knobbull. Ne. Alter. Du fette Stück Scheiße. Ja. Flucht unmöglich. Okay, Gott. So, ich habe noch eine Leiter gefunden. Ja. Und jetzt direkt eine Leiter nochmal daneben. Ja, dann bist du ja schon so gut wie durch. Ja. Tatsächlich. Irgendwie ist Pipi nicht gut im Fliehen. Oder Pi. Ja, gesagt. Yo, Steven. Es geht, oder? Also, was habe ich gesagt? Geht. Nimmst du schon auf? Ja. Hallo. Irgendwas. Willst du gehen raus, meine Freundin? I'm sorry. Alles gut. Hallo. Metallstaub habe ich gefunden. Was macht der nochmal? Ich finde die Items nie. Du findest nie die Items. Ich muss dir immer sagen, wo die sind. Ey, ich habe eine Drextam bekommen. Ich habe Spite bekommen. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Glück als ich. Ich habe ja gar kein Glück. Bei mir ist das ja kein Zufall. Ah, du hast doch zum Stahlflügel. Ja. So. Aber da ist er jetzt auch. Hallo. Ich sammle seltene Steine. Was? Ein Brief für mich? Okay. Dankeschön. Stahlflügel für dich. Ich bin eines Tages fertig. Jetzt wirst du der Champ sein. Lass uns im Poker noch eintragen. Tschüss. Schönen. Hör mal. Haben wir... Okay. Was? Haben wir was? Haben wir eigentlich... Eine... Rod, um wieder rauszukommen. Ach, da kommt man so raus. Warum, Mann? Ich Idiot. Ah, ich habe den Gen eingefriest. Wo macht man es? Alter, wie viele Counter denn noch? Ja, viele. Aber wir brauchen ja auch extrem ein bisschen. Alter. Jetzt weiß ich es langsam. Ist dahinten noch ein Item? Nee. So, jetzt noch Samurzel und dann... Ich bin raus. Da ist ein Aukaus. So. Zack. Poker Center und dann würde ich sagen, ab geht's. Ab in die Arena mit uns. So, zack. Wie sieht es eigentlich mit meinem Pokémon jetzt gerade aus? Wir haben 11, 14... Warte, Item nehmen. 14, 14, 15, 15, 11. Ich habe 17, 18, 12, 12, 5. Okay. Meine Pokémon sind höher, aber meine sind mehr gebalanced. Zack. Ey, ich sehe einfach auch keinen Flasher. Hier wird es mit jedem Trainer, den du machst, höher die Range von der Sicht. Ist du sicher, dass du Kampf Pokémon hast, Kollege? Nein, da ist keine Kampf Pokémon. Ach so, du gehst mit dem, nicht mit mir. Oh, man. So, erste Trainerin. Hat bei mir einen Säper. Ich habe ein Trapbench, aber no. Habt du getrapped vielleicht? Egal. 6,5, no. Das Ding soll doch tot sein, hoffentlich. So. Babb. So. Ich mache ja gar keinen Schaden. Ich habe auch Eissturm. Ich vergesse, dass ich Eissturm habe. 200 XP. Warum ist die Blubber-Animation so verdammt lange? Oh, ne. Nicht Rauchwolke. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Sicht bekommen. Wie nett. So. Und ich würde jetzt gerne Eissturm mit Powdersturm. Oh, ich mache drück nicht mehr Windstoß. Wieder dauernd daneben. Keine Sorge. Bis ich den Weg richtig gefunden habe, bist du schon... Bin ich noch dabei, die von Rauchwolke von Säper die ganze Zeit getroffen zu werden. Double Bette. So. Ich weiß nicht, dass hier ein Double Battle entsteht. In das war... Jetzt kann ich mich nicht mehr wieder rein ins Markt. Haben sie unglaublich viele Double Bettes geaddet. Oh, scheiße. Also, die haben einen fucking Kampf vorbekommen. Oh no. Okay, warte. Eis die Wind. Und du drückst jetzt... Watergun. Schon wieder ein Item gefunden, was diesmal? Gegen Gift. Okay. Ritchi muss nach vorne. Ah, shit. Ich habe auch nicht gar eingeschissen. Wieso? Ich habe das falsche Vollkommand eingegriffen. Oh no, no, no. Sieht aber nicht so schlimm aus. Okay, der Mail zieht noch. Noch 5 Level unter dir. Aber du musst aufpassen wegen der Level Cap. 19 Level Caps. Gut. Ja, ja. Konfusion. Ja, für mein... Sieht auch nicht so gut aus, gerade für mein... Für Lysander. Gegen Eis- und Feuer-Pokémon. Wobei Eis ist ja noch normal, aber das Feuer-Pokémon ist gefährlich. Mein Kript. Danke. Okay. Das Feuer-Pokémon wurde schnell rausgenommen. Hm. Geschenk. Macht ja gar nichts. Ich packe TJ nach vorne. Wer hätte dich auch healen können? Mit Geschenk. So. Das stimmt. Ja, Geschenk ist ja immer RNG, was es gehört. Ob es jetzt ein Healing wird oder ein Angriff. 30% oder 50% jeweils. Ich könnte sagen, dass sie es gebofft haben. Ich finde aber... Ja, ich finde aber, dass ein Geschenk eigentlich verdient hätte, dass... Das ist auch so ein richtig starker Angriff sein kann, zu einer kleinen Prozentschance. Geh, kann das dringend Drachenwut? Was? Äh, gut. Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Weiß. Drachenwut wäre schlecht. Er hat beide eingesetzt. Red soll so nie erfahren. Ich muss gegen einen kleinen, kleinen Leveln hier. Kleinen Leveln, der tankt und haut den sehr mit tief in die 3.1. Hilfurt sein. Guck dir an. Irgendwie sieht das Schnappke halt richtig traurig aus, ne? Kannst du mir den Mutzwinkel nach unten so? Ich bin die ganze Zeit gebetet. Ich gehe zu jedem Trainer und das ist jedes Mal falsch. Also ich gehe mit Absicht zu jedem Trainer. Das ist gutes Training. Naja, schon klar, aber... Ich habe doch auch irgendwie den Typ zu finden. Okay, was haben wir hier? Torgepi. Wow. Kann der überhaupt ein Move? Nee, ne? Metronom vielleicht. Oh, nee. Und das ist jetzt ein Fehler? Oh. Marill. Er hat doch auch. Okay. Oder? Ja, ich gehe mal schnell durch. Bitte was? Du hast doch auch Marill, oder? Ja, ich habe Marill, weil ich nicht genau sagen. Also was schlecht ist. Irgendwann, oder? Du hast noch einen Trainer. Wie viele Trainer sind die hier? Es sind schon fünf. So, dann tausche ich nochmal. Nee, warte. So. Okay, doch. Ich glaube, da will ich irgendwie nie kommen, leider. Das sollte der letzte Trainer sein. So. Ich mache dich fertig, Alter. Sie macht die fertig, ja. Nicht nur physisch, sondern auch mental. Als sie wieder so eine schöne... Schon wieder ein kleines Schnappke. Was ist hier los? Na ja, ich denke, wir werden erst so die größte Variety bekommen im Mid-Game. Ja. Holverschnee macht bestimmt guten Schaden. Ja. Ja, ich bin beim End. Okay. Wie sieht das ja so komisch aus, man. So, ich glaube, ich werde das Battle einfach mal mit Rudi dann starten. Ich glaube, Mr. Level-Helich nochmal. Hallo. Es gibt's nicht. Okay, ich muss einen Trank benutzen. Blabla trifft 5 Funce hintereinander nicht, weil ich Schnappke mit Zugabe in Doppelteam gelockt habe und er jetzt auf maximalen Fluchtwert ist. Oder jetzt auf maximalen Fluchtwert ist. Oh Gott. Come on, treff ihn. Jetzt aber. Ich nehme mir den Schluck, ja? Ja, klar, mach das. Ich muss auswechseln. Würde ich auch sagen. Ich denke, das war gut. Man, trifft ihn jetzt, trifft doch mal hier. Danke. Jetzt haben wir all meine Pokémon angechippt. Eigentlich sollte ich vielleicht lieber nochmal zum Focus Center. So, da hält ich kurz auf, wie du willst. Ja. Ich warte. Okay, zack. Alle wieder fit. Im letzten Part haben wir ja Drachen-Taste gefunden, ne? Oder war's im vorletzten? Das war im letzten Part. Und ich hab Spite bekommen, Alter. Richtig nice. Spite für die ganzen Papier auf den Post lassen. Okay, okay, okay. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir starten mit Blabla. So. Gut. Genau. Let's go. Kein Countdown. Einfach nur einen. Du willst mich wirklich herausfordern, dann zeig, womit du mir macht dich. Der hat die geilste Person der Welt. Er hat Kindwurm. Hat er, wenn ich da eben noch weiterhabe? Verhaupt. Aber ich, der hat ein Kindwurm. Mein Pokémon ist leicht unterlevelt. Okay. Silberblick. Ich bin so mit rein dran, wo die Siscom. Nightshade, ja komm mal runter, Alter. Eissgebund, ja. Sag's, naht du weg. Warum macht mir dieses Kindwurm so viel Schaden, obwohl es auf minus 4 Attack ist? Du bist gleich so drin. So. Okay, okay, das ist jetzt nicht gut. Dann taug ich mal Sander. Aber Kindwurm ist auf minus 4 Attack. Mariel. Auf Level 19. Ich hab keine Huge Power. Water Gun. Wie viel machst du? Ah, das geht. Ich hab mich auch grad double typen können, wenn ich grad zu überlegen. So, ich nehm meinen ersten Trank. So, ich wechsle jetzt in Rudi, der nimmt jetzt die Wasserattacke ein bisschen. Aber ich hab nur, ich hab nur noch Kacktränke, ne? Shit. Ich hab keinen guten Trank. So, dann. Oh, Biss. Och, ne, 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 ne. Ähm. Oh, ist es. Das rappelt mir grad nämlich den Arsch und das Ding hat angefangen zu rollouten. Ähm. Ich drück mal einen Matschort. Oh, jetzt nehm ich an zu rollouten. Jetzt noch zwischen 4 HP weg, ne, 3. Oh, oh. Come on. Sink die in it. Alter, ich mach gar nichts. Oh, ne. Oh, ne. Oh, Gott, okay, also schluppuk. Dann Pfund. Bitte verfehle doch, du Hund. Soll ich jetzt meinen zweiten Trank schon nehmen? Ne, ich nehm ihn noch nicht. Ich glaub, der kann sich nochmal healen, ne? Ja. Kann man healen, wenn man in Rollout gelockt ist? Ja, ne? Äh, nein, glaub nicht. Äh, Digga, ich will nicht sagen, aber... Der killt mich. Oh, oh. Okay, ich hab getroffen. Bitte kill, 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 kill. Rudi, Rudi, Rudi. Oh. Rudi hat getötet. Rudi, alter. Okay, bei mir... Das ist noch nicht mal vorbei. Noch einen. Und ein Kindwurm. Bei mir hat er... Und ein Volltreffer. Ich hab noch zwei Leben. Ich benutze jetzt meinen ersten Trank. Okay, ich tausche aus. Ich hab einen Trank schon benutzt. Ich hab keine Lust, noch einen zu benutzen, aber es wird schwierig. Weit. Au. Äh. Lombard. Aber... Mach das so viel. Ich kann nicht... Lenk dem jetzt deinen Init. Nein. Kein Crit. Wenn ich kripple, bin ich tot. Crit. Nein. Soll ich jetzt versuchen, Level 3 zu bringen? Einfach so? Na warte, warte, Zickzacks ist tot. Zickzacks ist gestorben. Ja, ja, ich weiß. Ich versuch grad, Level 3 zu holen. So. Warte, Zickzacks ist gestorben. Wer war Zickzacks Partner? Marill, oder? Ich hab Marill. Bye, bye, Marill. Bye, bye, Zickzacks. Cripple. Du hast ein kurzes Leben. Du hast Rollywood gekrippet. Nein! Nein! Noch ein, wieder weg. Ein Marster mehr. Wir sind nicht tot. Ey, ist doch gut. Ich wollte den Lemmin rausgehen. Ich hatte Angst vor dem Crit. Und dann wäre Lemmin sonst draufgegangen. Also es wäre entweder Lemmin oder der gewesen. Ach, Mann. Ich bin durch. Noch ein super Trank. Fick dich doch. Was soll das? Scheiße. Jetzt kamen die ersten Tote rein. So, Ritchi hat ihn zwar demolished, aber. Ich lerne Headbutt. Nice. Okay, Zubat. Oh, zum Glück ist es nur ein Kack Zubat. So, gut. Soll ich Bight oder Headbutt behalten? One Hit, obwohl er drei Level über mir ist. So, tschüss. Würdest du sagen Bight oder Headbutt? Ähm, 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 ähm. Weiter besseres Flinschen, ne? Mach doch Double Team weg. Naja, Double Team ist geil. Das macht, glaub ich, Pouders noch weg. Ja, wir haben den, aber ich hab wenigstens in Ordnung. Aber wir haben richtig Federn gelassen jetzt bei dem. Ja, wir wurden zweimal gekrittet. Was sollen wir machen? Ja, ich, vor allem, Schlammbombe hat bei mir die ganze Zeit auf meinen Poodox zwei Schaden gemacht. Und der krittet mich. Und auf einmal kriege ich irgendwie so über zehn Schaden oder so. Ich kann ja alles. Ja, er krittet in diesem Bastel in dem Game. Das ist einfach so Bastel. Gut, ich hab jetzt Protzer bekommen, du was anderes. Was hast du bekommen? Hidden Power. Hidden Power, let's go. Okay, also. Ähm, ich würd gern mit Flash noch mal reingehen in die Höhle und noch mal versuchen, ein paar items rauszukratzen. Ähm, können wir gerne gleich machen. Dann kann ich besser trainieren. Aber wir müssen uns erst mal von unseren gefallenen Kameraden verabschieden. Ja, stimmt natürlich. Aber wir haben auf jeden Fall die Chance auch noch mal gleich ein paar Encounter zu holen. Äh, wir haben auch noch ein Team auf dem Box. Ja, das ist sogar das Wasserteam bei mir. Ja. Der Kacher. Okay, also. Das Problem, was ich gerade habe, tatsächlich ist, weißt du, da ist ja noch dieser Rivalenkampfball, den wir haben. Ja. Unter der Brücke. Ich glaube, das wird nicht gut enden. So, mein guter. Zuerst, das ist die Zickzacks-Marill-Kombo. Zickzacks. Äh, ja. Zickzacks-Marill. Tired. Äh, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Ähm, goodbye, my friend. Sorry, Krippen. Es war eine kurze Ehre mit dir. Rody, du hast einen guten Job gemacht. In zwei Leveln hättest du dich entwickelt. Äh, absoluter Meister der Überlebungskunst, aber leider ist diesmal weggekrittet. Oh man, Rody, du hast so einen guten Job gemacht. Okay, und bei mir war das Brot, ne? Der mit Rody zusammen war. Ja, der war das schon. Brot, du hattest nie die Chance, was zu machen, weil du useless bist. Aber du konntest... Du wärst vielleicht vielleicht pilotig geworden. Du wärst vielleicht irgendwann mal mehr pilotig geworden, aber dazu wird es nicht kommen. Tut mir leid. Tschüss. Und wir haben drawn. Was haben wir jetzt für unsere Combo? Tentacher, Squidward? Ja. Und was hast du? Warte. Pokémon nehmen. Ich habe Safcon! Supi! Oh man. Ja, Scheiße. Äh. Oh je. Ich würd' sagen, wir erforschen noch mal kurz die Höhle. Ja. Level dort ein bisschen, wenn wir können. Aber ich werde auf jeden Fall nicht erst mal leveln, glaub ich. Und dann würd' ich sagen, gehen wir auf die nächste Route dann, letztendlich fangen unseren Encounter, dann werden wir die Folgen grinden erst mal ein bisschen vor dem privalen Kampf. So würd' ich das sagen. Naja, können wir gerne machen. Tatsächlich mach ich jetzt so, dass ich sogar meine Schutzbenutzern. So. Mach mich von vorne. DJ. War natürlich jetzt echt ein herber Verluste. Ja. Für dich Horn würde ich sagen. Ich hab' ja noch ein Wasser-Pokémon. Ich meine, Rudi war echt geil. So. Warte, Flash bringt gar nicht so viel. Das einzige, was mich stört, dass ich dann halt einfach zwei Bug-Types hab, aber egal. Ja, einer könnte ja sterben. Dann bin ich der Bug-Catcher. Komm, Supi. Wir trainieren dich jetzt hoch. Ich hab' ein Wasserstein gefunden. Uh. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gut. Ich hab' noch eine Skopelands bekommen, Digga. Noch eine. Noch mal ein Crit. Junge, Junge. Dann Crit ist. Dann kriegen wir eigentlich einen XP-Teiler. Kriegen wir denn so etwas? Den kriegen wir, wenn wir jetzt wieder zurückgehen nach Blütenburg. Weil wir jetzt den Brief an Troy übergeben hatten. Ah, also müssen wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen. Naja, erst mal zurück. Alles klar. Ich würd den Crit-Meister mal, keine Ahnung, ein Feature geben, schätze ich. So. Supi ist Level 8. Ist er noch irgendein Item, oder war es ist das hier? Dieser Murzel. Dieser Murzel. Ich will eigentlich, diese Farbeagles, die Farbeagles geben ultra viel EP. Die was? Die, die, wie heißen die? Farbeagle. Die heißen auch Farbeagle, ja. Okay, Smeargel auf Englisch. Smeargel geben richtig gut EP. Ist ein Schengel gefunden. Ja, mehrere gibt's hier auch bei mir. So, Level 9, Supi. Bist du fertig? Dann höre ich jetzt auf. Ein Wasserstein haben wir draus bekommen, habe ich jetzt immer noch. Okay, gut. Dann, gehe ich hier raus mit dir, und dann aber, gehen wir nochmal zurück nach Blütenburg. Hattelburg, ne? Ja. Ich gehe nochmal heilen. So. Ah, warte. Blütenburg, ja. Lauf mal schnell hin schon mal, ja? Ja, alles gut. Du hast jetzt ein bisschen gelevelt, ne? Ich habe zwei Levels Saftkon hoch trainiert, ja. Gut. Hier kann ich auch eigentlich, in der kurzen Zeit, TJ nach vorne kommen, um den Versuchung zu leveln. So. Okay. Roxane, hey, Lucille, ist das so ein, äh, ein bisschen, dass du auf die Ranks und Trainers und die Kürze 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 Felizia, bei mir auch. Blick. So. Hier sind wir da, Meteoros City. Und dann, können wir jetzt den EP-Teiler holen, der uns schon mal einiges vereinfachen sollte. Ah, ich bin zu schnell. ich bin zu schnell. So. Du hast meinen Brief gebracht, also Dankeschön, dafür möchte ich dir diesen EP-Teiler geben. Dankeschön. Ich glaube, ich wäre niemals zurückgerannt, als Game. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch richtig witzig, wenn man einfach dieses Spiel nicht kennt und dann denkt man sich so, ja, ich habe einen Brief überbracht, schön und so, aber was bringt mir das jetzt? So. Beutel, Moment. Was habe ich denn hier? Den EP-Teiler, den kann ich jetzt schon mal meinem Saftkon geben. Ja, würde ich auch sagen. Und dann kann ich jetzt ein bisschen die Sonder noch vorne, äh, Blabla nach vorne packen. Okay. Und dann laufen wir wieder runter. Und dann gibt es noch eine wichtige Sache für Blabla, die ich holen muss. Und zwar in Graphic Port City. Anker, ich will nicht der Peck auf. Wie bist du so schnell da durchgekommen? Ich habe so 20 Encounter. Oh, hier war es auch ganz komisch. So. Und zwar, gibt der Typ doch einen Seidenschal. Oder? Ne, der da. Wirf mal hier auf, ist ein Seidenschal. Ja, ich habe ihn. Für was benutzt du den? Ja, für meinen Pi. Da werden doch normale Attacken versteckt. Okay. Kriechen. Sechs, glaube ich. Ich habe ihn auch bekommen, oder? So. So, und den kann ich jetzt, der ist ja am Anfang richtig gut, weil da so viele Pokémon nur normale Attacken können und Pipi macht Pfund die ganze Zeit. So. Pi. Ich sage immer Pipi. Das ist Pi. Bla, bla. Du bist noch gar nicht entwickelt. So. Graphiport, let's go. Okay. Es sind ja noch ganz viele Trainer, die wir machen können unten. So, ahoi. Guten Tag. Am Strand angekommen. Leider nicht mit allen Pokémon, aber jetzt Wir können uns hier einen Anglerencounter holen, ne? Ach, stimmt. Stimmt, stimmt. Ein Graphiport Angelencounter. Musst denn mein Angeln? Ah, da. Ah, da. So, Angel. Du hast ein Pokémon am Haken und? Wir beide nicht. Müssen wir beide nicht sagen. Wir haben es nicht gehabt. Flucht. So, nochmal. Wir können in der Theorie, aber ich glaube, dass wir es wollen. Ne, ich bin nicht schon wieder. Ich habe, bei mir geht es noch gar nicht, weil Schaloko habe ich ja sogar noch. Okay, ich habe ein Dings, aber. Ich habe es aufspeeden lassen. Ich habe ein Necon. So, naja, schon wieder. Machst du gut. Danke. Ich drücke sie ganz auf. Nochmal, ja? So, ich mache es noch ein paar Mal, aber wenn es dann immer die ganzen nur Schalokos sind, dann gebe ich es auf. Das ist wahrscheinlich nur auch für Carpador ausgerechnet. Ich habe schon. Ich glaube, das ist nur für Carpador-Dinge. Ja, es ist nur für Carpador-Stärke. Lassen wir es sein. Ja, okay. Lassen wir es sein. Dann machen wir jetzt ein paar Trainer. Oh, wow, 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 wow. So, erster Trainer. Hm? Drowsy, Monka-S. Seemobs. Das sind Seemobs. Schlagst dich. Ich weiß, aber ich muss. Mach die ganze Zugabe. Der Typ hat gerade ein Disable an mir gemisst. Ich wusste nicht mal, dass er Disable missen kann. Was? Die haben voll die heftigen Kombos. Ich war in der Zugabe drin, konnte nichts anderes als Pfund drücken und dann haben die Yawn gemacht, damit ich dann noch einschlafe, wenn ich nicht rauskomme. Du kannst auch wechseln. Nein, konnte ich nicht. Hey, man kann nicht wechseln? Ich konnte nicht wechseln. Hier ist auch ein paar versteckte Items, oder nicht? Bin mir so sicher. Auf jeden Fall ein Alpha-Sort haben. Also viel war hier oben ein versteckter. Okay, eine Entwicklung. Ich könnte schwören, hier ist was versteckt. Und zwar entwickelt sich das abkommen. Zu. Supi X zu. Smadbo. Konfusion. Noch ein Pokémon. Ja, ich habe Firestorm gefunden. Über dem alten Mann ist ein Item. Okay, über dem alten Mann ist ein Item. Merke ich mir. Ich habe noch eine Scouplains bekommen. Alter, jetzt reicht es ja. Willst du eine Scouplains? Ich habe eine Tamo-Bäre bekommen. Und eine Phragia-Bäre. Du deine Bären, Mann. Das ist ein richtiger Bären-Sammler. Oh, das ist ein Doppelkampf. Oh, ein Pudersand habe ich bekommen. Mit Chop und ein Rauppi. Oh, ich schlafe. Franklin kriegt sogar XP. Hell, na. Schreien wir ihn raus mit dir. Ach, Ego Sam, wirklich. So, jetzt, tschüss, Knüpp. 15, bla, bla. Level 17, Lysander erlernt Schutzschild. Krit. Good job, TJ. Aber jetzt muss ich gucken. Mein Pee-Pee schläft immer noch. Squid Burton, Rude für Level 8. So. Ach, das ist ein Doppelkampf. Oh, oh, das war nicht klug. Strengthshot, war nicht schlecht. Ah, Scheiße. Ich glaube, ich glaube, das ist das Family Series. Upsi, ich wollte nicht Eiss, sie wird machen. Scheiße. Upsi. So. Pudi, ich brauche dich. Ich weiß nicht, wie viele Runden Blabber eigentlich noch schlafen möchte. Also, bei mir schläft er schon irgendwie seit 6 Turns oder so, aber. Naja, die, die, ist ja ein anderes Lied, was jetzt, in den Games. was ist denn noch ein Doppelkampf? Blablats, muss aber raus. Ey, man, Squidward klappt sich die ganzen EP. Sandkern, Ember, Alter, der Ember. So, und dann kommt die Sander rein. Ich würde sagen, hier auf das Ding und Headbutton das Ding jetzt auch mal Headbutton. Gut. Super, ihr erreicht Level 11. Wird's ja richtig schnell. Ja, das ist ja auch ein Bug-Pokémon mit einer guten XP-Group. Ich spiele es nur die ganze Zeit hoch. Geht's noch? Ey. Okay. So, Confusion? Oh, nee, ich hab aus der Sektorren Poké in der Wangen genommen. Nee, ey, Mann, warum fragen die mich nie? Oh. So. Der kriegst ein bisschen Ealing, ne? Mami. Oh, schade. Die beiden Kinder wurden zerstört. Nein, ich hab die Nummer von Planschalola bekommen. Oh, oh. Warte mal, macht mich das zu einem Pedo. Ey, ich würde nicht mehr mit dem aufnehmen. Tschöne. Jetzt mal überlegen. Ich bin ein Kerl. Ich sehe aus, als wäre ich so 16, 17 oder so und bin unterwegs auf meiner Pokémon-Reise und bekomme die Nummer von so einem kleinen Kind. Mädchen. Das sehe ich. Äh, Pichu. Confusion. Rachel, los geht's. Oh, er hat mich nicht gehört. Hast du gerade gespeed ab? Nee. Solltest du dich nie tun. Was redest du? Zu PXA hat, weitere 50 EP. Ah, ich, ich, ich confuse die alle, Alter. Ich würde aber auch sagen, wir können den Part theoretisch auch schon beenden. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde drin, ne? Ja, warte kurz. Ich will noch ein Strandhaus fertig machen. Okay, machen wir noch ein Strandhaus und dann können wir aufbrechen. Okay. Wie drinnen, tankt so viel. So. Haben wir noch Pummelow. Wie brava, das ist ja cool. Aber alle statt One-Head. Und Glomanda. Der Libert hiel mich doch. Also ich glaube, Ritchi muss einfach nur die ganze Zeit Konfusion drücken und tötet alles. Alter, 250p für Squidward. Ich habe Spule erhalten. Okay, ich habe es geschafft mit dem Haus. Ich noch nicht. Äh, warte, muss man nicht das unten das Kind noch fertig machen. Doch, ich habe alle fertig gemacht. So, Sonnkern. Wow, Trassler ist, man, er entwickelt sich nicht auf Level 16? Du hast keine T-P-Milie. Ey, Mann. Wie gut, dass dein Franklin immer noch Level 5 ist. Du könntest ihm auch eigentlich die ganze Zeit einen EP-Teiler geben, aber auch egal. Franklin? Nein? Mit was ist Franklin verbunden? Mit Lissandra oder blablabla? Blablabla, ne? Ich glaube mit blablabla, ja. Ja, Digga, I'm lucky. Ich glaube, wir werden bald nicht mehr im Leben sein. Nein, weh. Das ist weit vorderlich. Du trainierst ihn gefälligst hoch. Okay, so, warte. 35 Minuten um. Dann. Ich schwöre, hier ist noch ein Item. Ich könnte schwören. Während Semmy hier das Item sucht, moderiere ich diesen Part ab. Wir haben die zweite Arena geschafft, wenn auch mit einigen Verlusten. Wir haben den Strand erreicht und sind auf einem guten Weg zum Rivalenkampf unter der Brücke. Wie hip, echte Penner das halt machen. und wenn ich das Item gefunden habe in der nächsten Folge, dann wo ist das scheiß Item? Ich glaube, Semmy wird es nicht mehr finden. Also, bis zum nächsten Part. Hau rein. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.